Infamous Second Son Folge 26. Die, in der wir endlich die dritte Superkraft haben. Ich bin ein bisschen neidisch, dass Daniel die ausprobieren darf. Ich fahre fort. Mach mal, aber doch bitte nicht so. Sondern wenn, dann so. Schau mal, ich habe jetzt so ein neues Reticle. Was kann ich jetzt machen? Schau mal, ganz schön lahm. Nein, nein, das ist nicht das Problem. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Vielleicht muss ich da immer auf Bildschirme mitzielen. Oh, was ist das? Hätte ich jetzt umschalten können. Champions League oder so. Wow. Reggie, Mann, ich brauche dich. Ich... All meine Power sind weg. Ich habe nichts von Eugene oder all das alten Sachen. Was? Hey, bleib wo du bist. Ich komme. Nein, nein, es ist... Es ist zu offen hier. GPS sagt, es ist ein Alley ein paar Blöcke weg. All right, I got it. I'll meet you there. Hihihi. Toll, jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Super. Danke, Michi. Not a good time, fellas. In den Kommentaren haben die gesagt, dass du das immer falsch machst mit den anderen. Deswegen habe ich jetzt gedacht... So messed up. One fight at a time. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen unter das Volk mischen, ey. So eher unauffällig so. Hey, lucky I don't have powers. Hey, hey, hey. Okay. Wenn du dich ja sonst auch unter das Volk mischst, die Leute gleich ihre Waffe ziehen. Da ist er. Knallt ihn ab. So, mal hier, Bürgerfest, sich mal umsehen. Bringt ihn um. Bringt ihn um. Bringt ihn um. Vor allem im Bürgerfest, wo ich normal auf der Bühne stehe. Da brille die das auch immer. Da ist er. Auf der Bühne ist er leichter zu treffen. Knallt ihn ab. Ja. Gottstag sind wir so viele in der Band, dass immer erst alle anderen erschossen werden. Danke Gott, dass du hier bist, Reg. Ich brauche deine Hilfe. Warte, warte, warte. Habt ihr gesagt, dass du alle deiner Macht verloren hast? Ja, ich habe alle deiner Macht verloren. Ich habe Schmerz, Neon verloren verloren. Ich habe noch nie ein Video bekommen. Tosyn, das ist groß. Das ist großartig, Mann. Was ist großartig, Mann? Das ist das großartige Neuen. Ich habe 1,000 Dupes nach mir und ich habe nichts. Aber wir haben gesagt, wir wären dphinfeiert für dich. Und das ist es. All diese bioterror-errorist-arrivungen, ist es weg. Nelson. Wir können nach Hause zurück. Ich bin der. Ich bin der. Du hast es dir best ges��라고요. All right? Die Tribe kennen das. Ich weine das. Aber es ist ein Mirke, du bist noch immer vivo. Ich meine, bitte, können wir... ...quit während du schon vorst. Fahne. Tell me the truth, if you were me, would you just quit and go home? Absolutely. If I were you. No. So I don't care if I have to throw rocks, I am going to get Augustine. But since I'd rather avoid the whole David and Goliath throwing rocks scenario, I really need your help. Yeah, well, it sounds like you've already made up your mind, so why do you need me? Well, if I'm going to have any chance of getting any powers back, it's going to be through one of these core relays. Of course. But, damn it, Reg, I can't crack one of these things without any powers, all right? So I don't actually need you, I need your gun. No. No, 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 no. You are not getting my gun, and that is fine. But maybe I would have a couple of my bullets. Thanks, man. Ich glaube, führende NRA-Sprecher würden dem zustimmen. Nur mit Waffen, kann man sagen. So, und was? Wie? Aha, ich kann blitzend rumlaufen. Well, maybe the next one will have, like, projectiles or, you know, some kind of bashing. I'll call and let you know. Oh, no, I'm coming with you. No, 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 you're not. I got this. Listen, unless you're planning to open the next Core Relay with invisibility, you still need me. Besides, you don't know where it is. Hmm. I guess if you got stuck with only one power, invisibility isn't so bad. No kidding, right? I've been planning what I would do if I could turn invisible since I hit puberty. And this conversation is now over. Das sieht ein bisschen albern aus, wie der Reggie da so läuft, oder? Mhm. So, was gibt's jetzt? Privatsender einschalten. Ja, well, I hope so, because we got a ton of DUP heading our way. Hau sie weg. Ah, oh. Ja, war gut gemacht. Voll. Was, an Gegner anschleichen? Muss man da sein? Hä? Hau cooles. Muss unsichtbar sein. Dann die weghauen. Hau sie weg im Rätselhaus. Falsch. Hau cooles. Hey, I said get behind cover. Ich steh gleich schon wieder hin. Ich bin schon wieder hin. Geh mal an die weghauen. Geh mal an den vorbei. Mach den hinteren erst klar. Die kommen jetzt von da so. Geh dich gar nicht. Ne, war ich auch nicht. Dann geh doch noch mal weg. Was machst du denn? Mich anstellen. Also wirklich unsichtbar bin ich da auch nicht, oder? Doch, müssen alle richtig machen. Jetzt bist du unsichtbar. Und jetzt? Die glauben, dass du da noch stehst. Jetzt bin ich nämlich wieder sichtbar. Ja, weil es nicht ewig geht. Ich kann den auch gleich mit Dreieck kaputt machen, glaube ich. Oh, man schaltet das ein nur mit. Mit L1. Ich muss das gar nicht gedrückt halten. So, wo ist er? Da ist er. Ah, hab's raus jetzt. Was ist er? Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Aber wieso macht denn auch Delson diese Engelsmesser oder Engelsschwerter? Keine Ahnung. Reggie verlassen. Hä? Ich hab' keine Ahnung. Wieso soll ich ihn denn jetzt verlassen? Tschüss, Reggie. Er läuft doch mir hinterher. Lauf mal vom Hafen, der Hafengegend weg. Wieder ins Festland. Okie dokie. Next Core Relay is where? Hey, remember me? The guy who knows where the next Core Relay is? Ja, ich werde dich aufhörst. Eugene, es ist Delson. Listen, du bist, äh, Flying Friends. Sie haben wahrscheinlich ein paar Aerial Recon hierher, richtig? Ja. Gut, dann muss ich dich helfen, mich zu holen. Du kennst die Glowen-Boxen, die Dupen auf die Stadt? Sure, hold on. Hey, da ist eine nicht weit von dir. Danke. Oh, hey, ich habe ein paar von diesen Beider-Terroristen, die noch auf die Straße getrennt. Was sagst du, ich habe eine neue Schwung, wir können sie helfen? Wie cool ist diese Schwung, richtig? Ich weiß, richtig? So, bist du interessiert? Nein, das ist okay. Ich habe Level 11 Angeln, die mich auf der Valle der Tod warten. Oh, dann musst du mit allen Beider hochfliegen. Ich kann aber wieder Neon. Nee, kannst du nicht. Nee, kann ich nicht. Hm, hm, hm. Da an der Ecke ist jetzt wieder eins. Wow. Rettet sie die Person für gutes Karma und Unsichtbarkeit. So. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Zivilist ausgeschaltet. Ja, mei. Der war verdächtig. Ui. Ah, da kann man sich von einer Schüssel zur anderen beamen. Well, duh. Ui. Das ist ja cool. Ich weiß, dass du dich alleine mit deinen Dämonen bist, aber ich wurde einfach von Duped-Sniper. Du musst dich in hier sein, Junge. Das ist okay. Ich bin gut. Aber ich werde ein paar Angeln senden. Das ist Duped. Oh. Now I can run and hide. Let's see what's next. Oh. Hohohohohoho. Wie darf ich jetzt reinsprint? Zack. Ah ja. Hiii. Geht es dann immer nur in eine Richtung? Ist sie okay? Oh. Fetch? Ja. She's great. Wow. Okay. No, listen man. She is way out of your league. Okay? I mean, you gotta learn to crawl before you can hop aboard the rocket sled. Oh. Uh, did that guy, the one who caused the crash, did he get away? Hank? Uh, Hank Augustine got him. Killed him. Really? Wow. And on the bus, all he talked about was getting home to his little girl. Yeah, don't worry. I'll be dealing with Augustine soon enough. Hmm. Das ist super. Kann man bestimmt auch wieder so skillen, dass man das unbegrenzt machen kann. Besser wär's. Haut's ab, ihr blöden Dupes. Gechwind. Checkpoint. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Ich muss zum letzten Relay. Aber welche Kraft... Das weiß ich nicht. Entweder... Also es gibt noch eine, entweder Konkrete halt, die von Augustine. Ich meine, was jetzt von der Videokraft noch an Fähigkeiten fehlt. Wir haben noch nichts zum Schießen, oder? Ja, richtig. Oh, nice to have a few wingmen this time around. Wingmen. Oh, let's see. I can disappear, stab, and run. Not exactly a great anti-aircraft strategy. Hä, hops. Endlich Videoschwerter schießen. Aua. Geh schwind weg. Du hast keine mehr, oder? Du brauchst jetzt wieder Video. Runden. An dieser Schlüssel kannst du Video ziehen. Dachte ich, aber ging nicht. Wow. Runter. Au. Thanks. Der Hubschrauber ist immer noch da, gell? Ja, ja. Hier. Was ist noch da? Was hast du gemeint? Was? Ein Hub was? Wie, was? Okay. Schön. Ein Relay haben wir noch. Aber das darf Michi sich jetzt dann schnappen. Oh, guck mal, das ist ein Schraubturm. Der ist in jedem Infamous. Das ist der Schraubturm in diesem Infamous. Korrekt. Da verwirklichen sich nämlich immer die Beton-Konduits mit irgendwie Kunst am Bau. So ungefähr wie Oskar Niemeyer. Aber lassen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.